Ich bin die Magdalena Nömer und ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe jetzt noch in die Schule, in die HLS in Bad Ischl. Für mich ist sehr wichtig, viel Zeit mit meinen Mädels zu verbringen. Wir sind eigentlich immer gemeinsam unterwegs. Entweder wir gehen etwas Sportliches machen, zum Beispiel mal baden oder so oder Radl fahren oder halt einkaufen. Das ist auch immer etwas cooles. Ich finde es so gut, dass ich mit der Traunsee Tram überall hinkomme, weil ich nicht immer meine Mama fragen muss, ob sie mich führen kann, weil es viel für die Umwelt tut. Man muss nicht überall mit dem Auto oder mit dem Moped hinfahren. Man kann einsteigen, man ist gleich da und ich komme überall selbstständig sehr schnell hin. Die Traunsee Tram – mein Style, mein Weg. Ich gehe jetzt kurz. Ich gehe jetzt auf snacken. aqueles im Essen zu pronto kommen und haben nur sechs Jahre altes Ah três. Ich muss mich zweifeieren. Das